Und damit herzlich willkommen zurück hier zu GTA 5, zum Story-Modus. Wir sind jetzt hier mit Frank unterwegs, haben wir mit ihm überhaupt. Mit ihm haben wir eine Mission, okay. What the shit? Yo, chill mal, Mann! Gibt's hier eine Kugel im Kopf? Wir sind Original Gangster. Ja, ja. Warte mal, wo haben wir denn hier eine Mission? Wir haben ja nichts mehr. Wir haben ja eigentlich gar nichts mehr, ne? Eine Mission. Hatten wir hier nicht irgendwo eine Fremde und Freak-Mission? Hm. So, gucken wir mal, was wir hier mit Frank denn machen können. Wenn's euch gefällt, lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. So, ich weiß eben, was wir jetzt hier machen. Ach, da. Da ist ne... Ja, ja, okay. Dann machen wir hier mal eine Fremde und Freaks-Mission. So, ich wollte ja hier ja eh alle Missionen machen. So. Ein Gefallen im Schlepptau. So, ich wollte es nicht mehr sagen. So, ich wollte es nicht mehr sagen. Ich wollte es nicht mehr sagen. Ja, es ist egal. J.B., look, J.B. wird alles verletzt. Er wird die Haus, die Unternehmen, die Bewertung, alles. Und du bist sein, ihr hals, n****. Du sagst, du sagst, du sagst, du sagst. Er ist nicht mein Schlepp. So, egal, wenn das so wie du fühlst, Was ich weiß, über TouringCore? Schau, es ist einfach. Wenn J.B. kann das tun, du kannst das für die Beste sagen. Komm, ich werde dir zeigen. Komm, komm. Wie ist das hier? Eu, du sagst, du sagst, ich werde dir machen. Oh ja. Oh ja. U te. Du dich toll hast. Du sagst, du sagst. Ich muss so an Sieg machen. Ich besser habe das gefehlt. Ich habe mal gesehen. Du warst Easy. Du sagst, ich habe mal gesehen. Du sagst, ich habe mir macht. Ah, hier müssen wir hin und hin. Jaja, beruhigt euch mal. Okay, also wir sollen uns jetzt hier den Laster schnappen. So, dann steig ein, hopp. Warum ist der denn immer so langsam? Okay. What the fuck? Sie wollen ihm gerade einen, naja, ihr wisst schon was. Aber ganz ehrlich, die Alte würde ich auch nicht mit der Kneifzange anfassen. Chasen vielleicht? Schöne Grüße, der würde das machen, aber er ist einsam. Schöne Grüße an Chasen, den alten Hund. So schleppen wir mal hier den. Okay, so können wir ihn so runterlassen. Okay, wir haben ihn. Sooo. Oh, macht Spaß. Autosabschlämtung ist schon cool. Okay. 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 Bestanden. Ein Gefallen im Schleppraum. 100% nice. So. Oh, wir können zu Michael. oder wir können nach Hause. Was ist denn das? Oh, wir können zu Franklin oder wir können nach Hause. Was ist denn das? Michael? Ja. Okay. Wir sind sogar schon in der Nähe bei uns zu Hause. Warte mal. Kommt jetzt nicht das mit dem Tennislehrer? Die Mission ist lustig. Ich finde es schade, dass man hier in GTA 5 nicht ins Fitnessstudio kommt. Mal gucken, was es alles in GTA 6 gibt. Fahren wir mal nach Hause. Das ist Michaels Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern und ihn du sie in die Garage parken. Aha. Schlafe im Bett und deinen Spielstand zu speichern. Du, du, du. Ja. Du kannst dich im Kleiderschrank umziehen. Im Kleiderschrank. Okay. Was ist das denn? Was ist das für eine Kamera? McGill und so. Der original Cowboy. Aha. Eheberatung. Oh, oh. Das ist meine Smoken. Das ist meine Smoken. Mann. Das ist meine Smoken. Ja du besser nicht so sein! Nicht in meinem Haus! Nicht mich michael. Geh. Ich verzeh buttons auf 150 Dollar. Ich stehe diese Warte an 159 Euro für meine Mädchen? auf meiner eigenen Wohnung? Michael, geh. Ich stehe, Mann. Ich verzeh, Mann. Sie hat gesagt, du als einen W burden. Du als ich wir haben. Wir werden sẽenschefere ein. Ich verzeh, Mann. Ich versuche deine wunerde. Ich verzeh, Mann. Ich versuche das. Du bist ein Pflückter, Mann. bist. nie. Komm hier. Okay, hinterher. Folge dem Tennislehrer, uiuiuiui. Hat Michaels Frau gevögelt. Oh oh. Dann hinterher! Schnappen wir uns ihn! Mann verpiss dich! Super, scheiß Wohnmobil, alter! Mann, 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 Mann. Immer diese Hinterwäldler hier. Aber irgendwo muss er ja sein, ne? Wir fahren einfach mal weiter. Oh, da steht das Auto. Oh oh. Oh. Oh, Mann. Oh, Mann, dein negativer Energie ist wirklich mich aufhör. Oh, ho, ho, ho. Ich hoffe es ist, Mann. Wir sind aufhör, Mann. Kommst du in mein Haus, holst du mein Geld und du meine Wälder hast, Hahahaha. Michael rastet komplett auf. Michael ist richtig angepisst. Oh, scheiße. Aber ich glaube, wir legen uns dann mit Martin Madretze an, ne? Oh shit! Oh shit. Ich glaube, das hier war ein Fehler. Okay, dann wechseln wir mal zu Franklin. Hey, ich habe den Fahrrad doch gerade erschossen. Okay, wir haben eher mal die Typen machen. Typen sind echt aggro, was ist los mit denen? Hallo? Ich treffe den irgendwie nicht, der Hund. Komm schon, was hält der aus? Warte mal, ich mache mal ganz kurz was in den Einstellungen. Fadenkreuz machen wir mal komplexer und dann ist es auch einfacher zu ziehen. Da kommen die Nillen. Ja, was denkst du, dass ich hier mache, Michael? So, dann wechseln wir mal zu Michael. Okay, genau, ich muss den gerade laden. Ich glaube, jetzt ist es, wenn ich das schießen würde. Okay, ich bin gut. Du bist gut, Mann. Mann, ich bin cool, Mann. Ich meine, du, mental. Entschuldigung. Entschuldigung. Mentor, Mann. Mann, ich bin extert. Mein Herz hat nicht so gut wie das in Jahren. Ja, das ist, Mann. Mann, du bist so nett, Mann. Du bist nur ein Green-Lied, bei der Mexikanischen Unterwelt, in Los Santos. Mann, du bist so nett mit dem Blow-Lied, Mann. Mann, du bist so nett, inster Linz. Uh-oh. Uh-oh. You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Franklin, maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madraza. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo... Mr. Madrazo is a legitimate businessman. Who was wrongfully accused of running a Mexican-American-Gang and a narcotic ring, but the charges were dropped. Because of the witnesses came up. Missy, smart dad. Now, let's go. I've got a question for you. What did you prove an architectural, significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hill? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I was thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuild, won't you? Sure. And I'm chasing here, Daddy. The rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Great. That's nice. Between 2 and 2,5 million. Damn, are you okay? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in a town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, alright? Alright, go. Fuck. Shit. We are back in business. Martin Madrezzo. Bestanden. Eheberatung. 84%. Good. I have also caught. I have also caught. Hello. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh. You don't sound good, buddy. Taktful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos. Just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Okay, so modusreich is Amanda. Okay, now we have Lester to find. So, what do we have here? We can invest here in Aktien, right? Lisa. Michael DeSander. 7.000... 7.000... 7.000... 7.000... 7.000... 700 Dollar. The $ sog. Ahmad kita. Empire. 7.000... future motivated. 7.000... 8.000 ... 9.000... 10.000... 9.000... 9.000... 10.000... 10.000... 10.000... 11.000... 11.000... 12.000... Tennis-Lehrer... Tennis-Lehrer, da brauche ich mich zum... Befürchte meine Schläge, warte. Hobbys und Seilvertreib sind Ammonation, Strip-Club, Kino, Rummelplatz, okay. Wir können zu Franklin, wir können zu Franklin fahren. Ne, das ist Fremde und doch Franklin. Leicester, das ist Strip-Club, Fammflugzeug, Zeitrennung, okay. Hier oben haben wir dann noch Fremde und Freak. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit ö.